Hi meine Lieben, ich mache heute ein Face of the Day Video und quasi mit drin ein Outfit of the Day Video. Ich zeige euch erstmal, was ich alles im Gesicht verwendet habe heute. Ich habe meinen Alverde Camouflage Concealer benutzt, denn ich benutze nicht immer meinen Mac, damit ich auch mal die alten Sachen aufbrauche. In der Farbe 002 Beige. Ja, dann habe ich benutzt meinen Astro Anti Shine Meditude Puder, was ich immer benutze, was ich liebe. In der Farbe 005. Dann habe ich benutzt, was ich gestern schon vorgestellt habe, meinen Alverde Creme Rouge. In der Farbe 05 Apricot. Dieses hier und das ist wirklich toll, ich habe es aufgetragen, es ist so weich. Man kann es richtig gut verblenden mit dem Finger, auftragen und es ist ganz cremig, toll. Also ich mag es super gerne. Dann habe ich meinen Essence XXL Nude Lip Gloss benutzt in der Farbe Pure Beauty 01. Den benutze ich eigentlich ziemlich gerne und einfach nur, damit ein bisschen Schimmer auf den Lippen ist. Dann habe ich benutzt, gleich von meiner neuen Art Deco Lidschattenpalette, wie auch immer, habe ich benutzt einmal diesen Grünton, den Braunton und dann auch diesen hellen Ton für das Auge, für den Innenwinkel hier. Und zum Highlighten am Braunbogen. Die Farben, wie die Farbezeichnungen sind, könnt ihr in dem anderen Video gucken, von gestern, von dem Raubzug-Video. Dann habe ich benutzt auch gleich diesen Kohlekajal von Art Deco in der Farbe 12, in diesem Braunton. Und ich finde ihn wirklich Hammer. Ich habe mich ja gestern gefragt, ob sich das Geld wirklich gelohnt hat, also ob man wirklich dafür 6 Euro oder so ausgeben muss. Und ich finde ihn wirklich super cremig, weich. Also ich habe ihn benutzt für am unteren Wimpernkranz und noch einen Lidstrich zu ziehen. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, so einen halben Lidstrich. Und er ist so super weich. Ich finde ihn total toll. Also für mich hat es sich wirklich gelohnt. Dann habe ich benutzt meinen Essence Multi-Action, die Essence Multi-Action Mascara hier, die ich auch jeden Tag benutze und sehr gut finde. Also die macht eigentlich ganz schöne Wimpern, aber ich kann eigentlich fast jede Mascara benutzen. Nur die finde ich vom Pinsel her irgendwie ganz schön. Dann habe ich benutzt, ja das habe ich alles schon gezeigt. Dann habe ich meinen Betty Barclay Parfum benutzt. Dieses hier, das was ich für den Alltag ziemlich gerne benutze. Und dann habe ich für meine Haare einfach nur, um die ein bisschen so wilder zu machen, das Garnierfruchtiges Messed Up Gum Matte Effect Blablabla Surf Hair benutzt. Also dieses kleine Düschen hier mit diesem Surfertyp drauf. Ja, das war es an Produkten, die ich verwendet habe. Dann zeige ich euch jetzt mal mein Outfit of the Day. Ich muss hier mal ganz kurz was verstellen. Okay, also ich trage ganz normale goldene Ohrringe, nur wie sonst auch immer meine Kette. Und ich trage dazu so einen Long Pulli, also langen, keine Ahnung was, Pulli. Der ist jetzt von H&M. Der hat hier so ganz süße, ja, weiß ich nicht. Also es ist ein anderes Strickmuster auf jeden Fall. Und dann hat er eben diesen Lappen hier rumzuschlabbern, was ich ganz cool finde. Ich mag sowas total gerne. Ja, und da ich total gerne Leggings und so trage, habe ich dazu eine Stromhose, eine schwarze an und da drüber eine Leggings. Also ihr könnt jetzt quasi nur die Leggings sehen. Ja, ich kann euch das ja mal zeigen, wie es aussieht. Also so sieht der Pulli aus. Der ist eigentlich ganz, ganz schön, finde ich. Dann eine schwarze Leggings da drunter. Ja, das ist ein ganz normaler Pulli. Dann habe ich dazu schwarze Stülpen an. Ihr könnt es jetzt nicht erkennen, vielleicht so irgendwie. Schwarze Stülpen an und ja, rosa Ringelsackchen. Äh, nee, ja. Und dazu werde ich jetzt noch, ähm, meine Handtasche anziehen, wenn ich rausgehe. Und zwar ist das so eine ganz normale von, ähm, Picard ist die, glaube ich. Ja. Ich hoffe, als ihr es erkennen könnt, wie auch immer. Die ist eigentlich ganz süß, weil die hat so eine Umhänge, Umhänge, ähm, Riegelchen und auch noch zwei normale Tragehänkel. Und ist irgendwie ganz groß. Ist halt schwarzes Lederoptik. Schwarze Lederoptik. Ähm, ja. Ja, dazu werde ich noch schwarze Stiefel anziehen und dann bin ich ready to go. Natürlich noch Schal und Mantel nicht vergessen. Ähm, ja, ich hoffe, euch hat das gefallen. Ich weiß nicht, wie ihr Outfit of the Day, Face of the Day Videos mögt. Ihr könnt es mir einfach mal schreiben unten in den Kommentaren. Ich würde mich total freuen über Resonanzen. Einfach, damit ich weiß, was ich, was ich euch für Videos mache. Oder ob ihr wirklich das eigentlich gar nicht mögt und gar nicht wollt, dass ich sowas mache. Mir wäre es total lieb. Oder auch Bewertungen einfach abgeben, ob ihr es mögt oder nicht. Ja. Na gut, wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.